Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon 2 Silver. Hallöchen YouTube. Hi. Es geht weiter. Wir haben ein rotes Skarados gefangen. Ein rotes. Ein rotes Pferd, was? Und wir haben es Eort genannt. Es ist shiny, es ist funkelt und wir haben eine rotte Haut bekommen. Erich ruft an. Hast du immer noch kein Skarabon, Krabi? Hast du mich immer noch nicht gefangen? Nein. Ich trau meinen Augen und Ohren nicht. Du hast Jens, den Arenaleiter von Teak City, besiegt. Ja. Ähm. Ja, bis zum nächsten Mal. Martin ist gut drauf. Ja, ich bin richtig gut drauf. Keine Ahnung. Martin benutzt den Asthma-Spray dann auch immer in der richtigen Dosis. Äh, du bist gerade 23, Saphira. So mag ich meine Mädchen. Okay, hätten wir das Thema. Ähm, wir haben die rote Haut. Ähm. Da unten haben wir auch eine rote Haut. Nein, einen roten Schopf. Erich, ist das der Bruder vom Garnke... Nein. Nein. Mehr Dosenbehältnisse. Es regnet weiter. Es fängt an zu regnen, oh Mann. Immer in den richtigen Gara-Dosis. Oh, wirklich. Wirklich. Können wir den ignorieren? Könnten wir. Machen wir aber nicht. Besser Mann von der Top 4 Forever. Siegfried ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Und Hallöchen Kalasteljo. Hallo. Hallo, hallo. Ich hab's gerade nicht gerade gemerkt. Ich lese den Kommentar, aber ich... Oh, das tut mir voll leid und so. Ähm, hallo. Es wurde also mit Gewalt dazu gebracht, sich zu entwickeln. Was? Ja, deswegen ist es ein Shiny. Wir sollten mehrere Pokémon mit... Egal. Ähm. Bist du auch wegen der Gerüchte hier? Du heißt ZTP, nicht wahr? Woher weiß er das? Mein Name ist Siegfried und ich bin auch Trainer. Ja. Mhm. Gib mir deinen Dragoran, Junge. Gib mir das. Chat-Eskalation. What? Sehe ich noch nicht. Sieh frisch. Erste linke Backe, dann die rechte Backe. Und dann mitten auf dem Mond. Und mir war sofort klar, dass du über ein bemerkenswertes Talent als Trainer verfügst. Etcp. Kann das mal jemand DICE sagen? Wärst du vielleicht bereit, mir ein wenig zu helfen? Nein. Okay. Okay. Das glaubt mir doch DICE niemals, dass Siegfried, unser hochgeliebter und geschätzter Siegfried, mir das sagt. Hausgezeichnet. Vielen Dank. Ich habe den Verdacht, dass dieses Carpador, dieses Sees, durch ein Mysteri... Hier, eigenartiges Wort, ähm, zitieren. Radio Signal, dass sein Ursprung in Mahagonia City hat dazu gezwungen, während sich so entwick... Egal, komm. Äh, schön, dass du da bist, Katastrophäe. Die schlechte Wortwitzquote im Chat ist sofort gestiegen. Wo ist eigentlich kein Chris? Naja, jetzt ist er halt kein Chris mehr. Linda ist heute voll gemein. Linda ist heute super drauf. Obwohl, komm, wir kämpfen. Wir kämpfen und bekämpfen und bekämpfen und bekämpfen. Und los, kein Chris. Was? Schlechte Wortwitze sind mega? Nein. Mega ist ein Glurak Ypsilon. Verstehst du wegen? Mega Entwicklung. Oder ein WarGreymon. Das ist auch mega. Aber das da, was der da für ein Kostüm als... Oh mein Gott. Was der da als Kostüm bezeichnet, ist definitiv nicht mega. Was soll kein Chris tun? Am besten gewinnen? Schau mal den Quote 14. Oh Gott, Quote 14, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich... Quote 14. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Okay, ähm... Kein Chris. Schleck ihn ab. Ich bin noch gar nicht alt. So alt bin ich gar nicht. Ich bin voll der kleine süße Mann. Was? Schlaf doch einfach, Junge. Schlaf dich doch mal aus. Könige müssen viel Schlaf nachholen. E-Code 15 werde ich jetzt aber nicht schreiben. Was ich übrigens nicht gesagt hatte, das war ein Zitat von Saphira. Keine Sorge, Linda. Das kam nicht von mir. Es wäre ja schon schön, wenn kein Chris dieses Nido-King besiegen könnte. Martin ist doch nicht alt... Äh, noch alt. Ich bin noch gut. Mich kann man noch benutzen. Moment, was? Ja, okay. Los, benutzt mich. Da gab es nochmal diese eine, ähm... Was heißt mal? Das ist gar nicht so lange her. Da gab es auf jeden Fall irgendwo im Ausland eine Frau, die hat sich für 24 Stunden, glaube ich, war es oder auch immer für mehrere Stunden, ähm, hingestellt. Komplett nackt. Und, ähm, meinte hier, ja, lieben Menschen, ihr dürft jetzt alles mit mir machen. Was passiert? Ich, tut einfach so, als, äh, wüsste ich nicht, was ihr mit mir tut. Ähm, anfangs ging es halt, egal, das wird jetzt echt ein bisschen makaber, ähm, anfangs ging es halt wirklich so los, dass er Leute Herzen auf ihren Körper malten und so weiter, also sie umarmten und dann ging es los mit Folterwerkzeugen und ganz, ganz bösen Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass kein Chris diesen Kampf gewinnt. Ich bin mir aber unsicher, warum. Ähm, Aaron, bitte. Tu was, rette Chris. Ja, es endete echt in einer ganz bösen Sache. Das ist wie beim Stanford Prison Experiment, Failfish. Das kann gut möglich sein. Ich kenne das Stanford Prison Experiment nicht. Martin2k17 war dabei. Nein. Aber ich habe gehört, Saphira, du warst dieses nette... Nein. Ähm. So, ähm, Einweg Martin. Ich bin doch kein Einweg Martin. Man kann mich mehrfach benutzen. Was zum Fick ist das? Das ist bestimmt ein sehr tolles und ausschlussreiches Experiment. Ich will mal eben das Spielfenster ein bisschen nach oben ziehen. Ihr müsst wissen, dass mein ganzer Tuch ist hier gerade belagert mit Energydosen. Also, Mehrweg, ja. Ähm, man kann mich gegen Geld einlösen. Ähm, das klingt sehr eigenartig. Da wäre jetzt das Irgendmal gut, Osmoser, und dann funktioniert es nicht, beziehungsweise findet das nicht. Das ist sehr schade. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass er jetzt gestorben ist. Hm. Hm, okay. Saphira, kannst du das bitte mal? Also, zumindest sollte man davon gehört haben. Ich kann mir vorstellen, worum es bei dem Experiment geht, aber... Ich kenne es tatsächlich auch nicht. Hör doch mal auf die Giftstachel. Martin muss man einfach nur mit dem Spielmitte abwaschen, und dann glinzt er wieder wie am ersten Tag. Oder ich gehe einfach drei Stunden lang duschen und schäme mich. Ich muss die Schande dann von mir abwaschen. Alex spielt nebenbei wieder Tomb Raider 2. War klar. Aber dafür habe ich gestern, während seinen Streamen, wieder Star Wars Bounty Hunter gespielt. Gleich sich also irgendwie alles aus. Das soziale Experimenten, wie von Martin erzählt hat, auf eine fiktive Gefängnissituation übertragen. Schon nach kurzer Zeit ging die Versuchsperson in ihrer Rolle auf und nutzt so soziale Macht aus. Genau. You got it. Das ist ja mega... Ja. Goddass, ey. Was jemand wissen muss, und was nicht, ist äußerst relativ. Ich muss wissen, wie ich nach Hause komme. Das ist definitiv wichtig. Ansonsten kann ich nicht schlafen. Megami hier. Kein Christus Level 20. Ich brauche unbedingt den Powerbooker Not Like This Sound. Er ist schon ziemlich awesome. Ach komm, wir kämpfen auch gegen dich. Die Welle ist ein Beispiel davon. Das ist die Welle. Du bist dabei. Ich glaube nicht, dass kein Christus diesen Kampf gewinnen wird. Warum das always? Too much love. Too much love in this stream. Not like this. Genau. Genau das, Linda. Er ist auf Psycho, glaube ich. Was auf Psycho müsste er laufen, oder? Na ja. Du meinst, Schwermann, ich love. Saphira. Ich muss gerade gucken, kann das wirklich von Saphira? Äh, ja. Kam von Saphira. Also der Schwermann kam von Saphira. Ähm, Alter. Das bei Lamos hinten fand ich schon immer grenzwertig. Das bei Lamos hinten, ähm, das ist ein... Ein, ein... Austaus, wollte ich gerade sagen. Aber im Anime haben sie es ja als Mushas dargestellt. Wenn ein Mushas in die... Schwanz... Äh, Schweif... In den Schweif eines Fleckmombais, entwickelt es sich. Ähm, genau. Linda streamt am Freitag wieder. Beziehungsweise für Leute auf YouTube ist es gerade total egal, weil... Na, jetzt hat es sich schon immer wieder bezahlt. Weil der Stream dann schon links gelaufen ist. Der Stream war dann vor zwei Wochen. Ah, wie subtil. Ach, du spielst mitten im Jahr Merci Christmas? Ah, Merci Christmas. Die klauen unser Geld! Ja, genau. Die klauen unser Geld. Warum guckst du so? Was geht da vor sich am See des Horns? Wir sollten eigentlich dort zelten. Ja, dann geh mal zelten. Nein. Nein, nein, nein. So, heilen wir mal eben. Ähm, ich über... War das gerade... Das war nicht... Das war nicht guttun, oder? Leute, bitte schließt alle Messer weg. Ich schneide mich ständig. 1, 1, 2. Notarzt OP. Notarzt ist overpowered. Wow. Warum schneidest du dich? Verstehe ich nicht. Aber kann es sein, dass Gudrun gerade schon wieder angerufen hat? Das ist doch nicht wahr, oder? Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich finde es auch ziemlich neckig, wie... Gut versteckt doch diese Antenne in dem Baum ist. Beißt ambulant wieder Nadins Finger ab. Uh, das tut doch weh. Nichtsdestotrotz. Ähm, falsche Taste schon wieder. Wir machen mal einen kurzen Ausflug. Was ist das denn kurz? Nee, das ist... Er ist schon ziemlich lang. Was? Ich hab Probleme. Ruf mal Gudrun zurück. Nee, die ruft... Die reagiert nicht. Ruf. Die sagt einfach nur, ja, ist mir egal. Wirf mit Verbinden in Richtung Nadine. Die Leute können ja trotzdem auf Havavocus YouTube-Channel schauen und sehen, wie man Schokokookies macht. Das ist eine gute Idee. Was macht eine Antenne auf einem Baum? Radio... Oh mein Gott, ist das... Ich kann das... Ich kann... Ich kann... Ich... Ich muss es fangen, oder? Ich muss es einfach fangen. Ich muss es einfach fangen. Und es geht nicht anders. Es tut mir so leid. Die Stärke des Feuers wurde geschwächt. Goldini, 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 Goldini. Oh, kein Chris wird mit der Rute von Goldini geschlagen. Und ich bin raus. Schnellt Karton raus. Das ist ein moderner Tannenbaum. Ein Antennenbaum. Oh, Triple Gay. Oh, Gay. Ich kann dieses Goldini nicht einschlifern. Mach ein Bratwisch raus, Martin. Ich möchte es fangen. Warum lässt du dein Handy fahren, T-Troll? Ach, das mit dem Handy. Ich kann mich gerade daran erinnern. Da war was. Ich kann mich aber gerade nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie es war. Stockfisch. Stockfisch. Oh, geiler Stockfisch. Ein Stock rein und du setzt einen Fisch drauf und dann hast du Stockfisch. Lass es am Leben, das Goldini. Ich möchte es auch fangen. Ich möchte es gerne meiner Sammlung hinzufügen. Gut, jetzt war es das schon mal mit dem Einschläfern. Auch wenn es schon echt eine Leistung ist, wenn kein Chris mal ein Pokémon alleine besiegen kann. Wir haben jetzt gerade nur ein anderes Problem. Ich habe gerade keinen Namen für dieses wundervolle Goldini. Freiwillige vor. Wer möchte gerne ein Goldini sein? Es ist einfach nur da. Für Goldini wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Goldini, 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 Goldini. Es ist ein guter Schwimmer. Es kann selbst reißende Sträume mit konstant fünf Knoten hinaufschwimmen. Fünf Knoten, Alter! Goldini wird abgeschlägt. Meldet sich, obwohl... Ich bin mit Voltila Plus sehr zufrieden, ja. Nadine möchte es sein. J-Core, wie sieht es aus? Möchtest du Nadine die Ehre geben, ein männliches Goldini zu sein? Nadine, Nadine, wie soll es denn heißen, dieses Goldine, Goldinein? Goldinose? Was? Coit Mose? Das Mose schießt schneller als ein Coit. Außerdem haben wir schon genug Fische im Team. Garados, Onyx und Evoli. Äh, Evoli wird kein Fisch. Ob Mann oder Frau ist doch egal. Wir sind alle genderless. Was? Goldinix? Nie im Leben bin ich ein Goldini. Nadini? Nadini! Nadini klingt nicht mal schlecht. Goldmose? Was? Nadini finde ich klasse. Ich finde Nadini auch super. Karasseyo kommt immer mit Namen um die Ecke. Die sind einfach nur awesome. Nadini, bist du damit auch zufrieden? Goldhose. Eine Goldhose wäre natürlich auch was. Äh, Nadini. Nadini, Nadini, Nadini. Nicht mit Doppel-N. Ein N reicht. Ist sogar ein Spitz... Man nennt dich Nadini? Okay. Okay, girl. Halten wir das so fest? Gib, gib it to me. Gib it to... Miau! Okay. Okay. Ähm. Ähm. Nun. 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 Ähm. Nun. Ist ja schon ein bisschen scheiße jetzt, oder? Ähm. Ja. Und plötzlich war ein Gold King da. Gold... Gold... Gold Linda. Scrollt gerade den Pokédex durch und sucht sich ein Pokémon aus. Sollte es weit kommen. Goldie King. Ah, ein Gold King. Fangen und braten. Wir haben Hunger. Gut, dann wird das gebraten. Überfangen. Ich weiß ja nicht. Setzen wir mal unseren... alten Kollegen Eort ein. Mit seinen Hyperbei. Das H steht für hyperaktiv. Oder Goldie Exe. Hm. Und Eort ist verwirrt. Eort, bitte. Halte durch. Drachenwut. Komm schon. Das kriegst du hin. Danke dir. Gold gebratener King. Oh, das klingt gut. Oder Gold... Ne, Nuggets. Oh, Golde Schicken Nuggets. Leute. Oh, hört auf über Essen zu reden. Ich hab Hunger. Ich hatte erst überlegt, den Stream noch zu verschieben heute. Weil ich mir noch was zu essen machen wollte. Was ist jetzt ein Gold King? Hm, wie sind die Namen? Gold King ist die Weiterentwicklung von... Nadini. Und wirklich ist da eine Weiterentwicklung. Aber langsam brauchen wir neue Zuschauer. Uns gehen die Namen aus. Essen machen, gleich Pizza bestellen. Essen machen, gleich Gefrierschrank auf. Pizza rausholen. Oh, Pizza. Ja, Add Love. Ich find das so schön, dass man den Emote auch im Stream sieht. Ah. Hatte nicht irgendeiner... Zerschneider? Ja, kein Chris. Das ist egal. Da wollte ich jetzt eh nicht hin. Übrigens da oben wäre jetzt gerade der Höheneingang, wo wir Dice seinen Rabouts holen könnten. Bringt uns aber nix, weil wir außerdem neben Surfer noch die Kaskade brauchen, die wir aktuell noch nicht kennen. Aber ich bin da schon zur Perfektion fertig entwickelt. Okay, du bist eine Perfektion. Deiner Tatur. Natürlich. Ich weiß ja nicht. Das sieht sehr eigenartig aus. Irgendwie sogar ziemlich lustig. Aber ich möchte es um... Oh my God. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Da ist wieder ein Raboutswerden. Das passt ja. Oh ja. Und dann möchte er gerne zu einem... Ähm. Na. Capoeira werden. Unser Drehkreisel. Die fallen noch so viele Namen ein. Was ist denn in deinem Kopf los? So. Das. Das schon nochmal resetten. Ich weiß nicht, warum das jetzt heute schon wieder so häufig ist. Das ist schon ein bisschen nervig. Wir spuren ein bisschen vor. So. Zack. Aha. Alles toll. Hau raus. So. Jetzt bin ich wirklich anwesend. Wie geht's euch so? Hallo Alex. Wir kommen bei deiner Kassette. Nein. Deine Kassette ist schon durch. Oh. Ein Entei? Ein Raikou? Ein Zuikou? Was ist es? Ein Entei. Wuhu. Aber wir können es nicht fangen. Scheiße. Scheiße. Oder? Oh Gott. Leute. Es wäre schon ziemlich krass. Das wäre ein Feuer Pokémon. Ähm. Das kriegen wir niemals hin. Es wäre halt. Es wäre schon ziemlich geil, wenn kein Chris seinen Horrorblick durchkriegt. Wenn kein Chris seinen Horrorblick durchkriegt, haben wir eine Chance. Guck mal los. Wie gehen wir am besten jetzt vor? Jetzt mal ohne, äh, flexen und so. Ich habe Horrorblick, ja. Aber, die Initiative, der Initiative Unterschied ist halt zu hoch. Ähm. Es wird höchstwahrscheinlich jetzt direkt Brüller einsetzen. Heißt, es wird weg sein. Außer es setzt eine andere Attacke ein. Aber es hat, glaube ich, nur Attacken, die Schaden machen. Heißt, es würde keinen Chris töten. Ne, versuchen es mal mit Horrorblick. Oh mein Gott. Oh, das könnte gut werden. Fikadelle lebt. Hallöchen. Hallo. Oh. Das, meine Freunde, könnte... Das könnte ziemlich gut werden. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Wie machen wir das jetzt am besten? Irgendwelche Tipps? Ich habe schon lange keine Legendary Reittiere mehr fangen müssen. Martin, Flucht! Nein! Dieser ist CQV Entertainment nie online, wenn E.O.T. 191 online ist. Ist das Zufall? Das, meine Freunde, ist Zufall. Er sollte einen Surfer beleben. Welches N.T. ist geflohen? Warum? Stormsaver, Hallöchen. Warum ist das jetzt geflohen? Wir haben den Horrorblick doch durchbekommen. Ja, aber ich hatte Horrorblick gemacht davor, Katuka. Horrorblick heißt, es kann nicht abhauen. War eigentlich so jetzt nicht richtig. Erklärung, please? Kann man schon fangen, ja. Aber egal. Wäre es mal schön gewesen, hätte nochmal die Folge ein bisschen länger gemacht. Und egal. Auf jeden Fall war es das schon wieder mit der Folge für YouTube. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis denn dann. Und das waren Energy Dosen. Bis denn dann.